Was sagst du denn? Kommen Sie mir an? Ja. Wunderschönen guten Abend, hohe jedes Publikum. Wir sind hier mitten ein Pupser. Die haben mich verdammt, die Ansagen zu machen. Ich bin zwar nicht die Werner May, aber ich werde mir eine blonde Perücke besorgen. Mal gucken. Am Keyboard. Mein Favourite Keyboard Player. Bernie Wittmann. Am Bass, mein Favourite Bassplayer. Stefan Engelmann. Am Schlafzeug. Aus der Brücke. Mein allerliebster. Obwohl er ein iPhone hat. Elmar Fenerke. Und für euch. An der Gitarre, mein Schafet-Gitar-Player. Ja. Die erste Nummer, die wir spielen, die heißt Mojito und ist von Jeff Gollup. Keine Ahnung, wie der aussieht. Kein Mensch kennt ihn. Aber die Nummer ist schön. Ansonsten viel Spaß und sagt doch demnächst eurer Verwandtschaft Bescheid, der Oma, der Ruhe, Oma, der Tante, dem Onkel, dass er auch mal mitkommt. Weil ich sehe euch zwar nett, aber es sieht weniger aus. Vorne an der Kasse unser Schätzchen, Norbert. Viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018